Patrick Niesbeth, der Reiter vor dem Bermuda mit Quick-Set, quasi Moduset. Vielen Dank. Vielen Dank. Oder was kann man nur noch alles sagen? Patrick Niesbeth und Quick-Set, clear round, bleibt null, ist im Stich. Also jetzt wird es noch etwas üppiger, als wir das anfänglich hatten. Also gerade zu Beginn hier der zweiten Hälfte von den ersten drei gleich zwei mit dem Rolf-Rund am Stechen. Dann ist die Angelegenheit wieder gespürt und von das Kali und Simone Plötchen für Dörter.